Sie sind Funker bei Florian Tegernbach. Florian Tegernbach von Kommando Tegernbach. Befehl an Pumpe Schnölzenberg auf Kanal 2. Beginnen Sie sofort mit dem Aufbau einer Zubringerleitung bei der Brücke in Unternberg. Richtung Tratteneck. An der Kreuzung mit der Bundesstraße 137 ist ein Lotse zu stellen. Ich wiederhole. Befehl an Pumpe Schnölzenberg. Beginnen Sie sofort mit dem Aufbau einer Zubringerleitung bei der Brücke in Unternberg. Richtung Tratteneck. An der Kreuzung mit der Bundesstraße 137 ist ein Lotse zu stellen. Durchführen Ende